Auf mein Zeichen! Vielleicht kann ich den Basilisk weglocken. Die Rune ruft? Zu Befehl! Ja, in die Schlacht! Runenkrieger, zu mir! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Gut, sie ist weg. Das heißt, ich kann hier unten hin? Bereit! Und los! Das auseinandernehmen. Mir nach! Folgt mir! Sofort! Ja, ich bin angespannt. Mir nach! Und los! Na gut, wir sind bis jetzt nur zweimal gestorben. Auf mein Kommando vorwärts! Habe ich neu geladen. Das zweite Mal haben wir einfach hingenommen. Vorwärts! Allerdings auf so oft sterben, habe ich auch keine Lust. Auf mein Befehl! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Was auf dem Weg? Auf meinen Befehl! Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Auf meinen Befehl! So, eine Dornkeule, noch Feuerling. In die Schlacht! Hier, sofort! Zauberaura des Lebens. Vorwärts! Und los! Ja, Feuerlinge. Sofort! Mir nach! Mir nach! Kämpft, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Hier ist die Reihen! Kämpft, Männer! Was wünscht die Rune? Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Sofort! Sie sind überall! Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Zurück habe ich auch eine Heilzone. Verstärkt, die Deckung! Alles klar! Sie müssen halten! Sie sind überall! Oh, neuer Schütze! Das ist gut, dass der gestorben ist. Dämonenblut. Dämonenblut für die Erdenklinge. Bereit! Mir nach! Vorwärts! Ah, Schütze. Ja, der Schütze. Zurück kann ich die Runen jederzeit, also die Händenrunen jederzeit austauschen. Du bist Bogen oder Armbrust. Haben wir eine starke Armbrust? Hätten wir, haben wir einen starken Bogen? Ja, Geistertöter. Guter Bogen. Äh... Drachenzahn. Einfach, weil du den benutzen kannst. Hm. Ein Windstahlpanzer. Die Hose. So nen Helm. Wind vor dem Auge ist okay. Und so nen Ring der Diebe. Hier! Sofort! Und los! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Schnell! Hier sitzen keine Truhen mehr. Mir nach! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Schnell! Schnell! Mir nach! Und los! Folgt mir! Da kommt sie wieder angeschlängelt, das heißt, da müssen wir kurz warten. Sofort! Sofort! Verstehen! Und verzüglich! Sofort! Verstehen! Sofort! Ach, da kommt auch die schon wieder. Ach, da kommt auch die schon wieder. Zu Befehl! Wird sofort ausgeführt! Die geht jetzt hier runter, zu den Gargoyle? Auf mein Zeichen! Sofort! Das heißt, ein bisschen näher ran kann ich mich trauen. Zu Befehl! Auf dem Weg! Die Ruhne befiehlt! Unverzüglich! Alles klar! Wird sofort ausgeführt! Auf mein Zeichen! Gezogen! Sofort! Mir nach! Der Punkt hier ist halt ziemlich, ziemlich bescheiden. Auf mein Kommando! Die Ruhne befiehlt! Kommt sie da etwa schon wieder oder? Ne, das ist eine andere. Ja, hier brauchen wir gar nicht erst mehr lang versuchen, weil die patrouilliert hier zwischen den Dingern. An der kommen wir so gut wie nicht vorbei. Bereit! Und los! Vorwärts! Also müssen wir uns einen Weg hier suchen. Hier! Folgt mir! Hier! Folgt mir! Gut, den Port nach Fahlonsheim haben wir schon mal gefunden, ja? Also... Hier! Sofort! ...den Schnellstein-Porter. Bist du die, die jetzt gleich hier hochkommt und sich hierhin stellen wird? Das ist die gute Frage. Okay. Sofort! Sofort! Vorwärts! Folgt mir! Haltet durch, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Verstärkt die Deckung! Ja. Schlagt sie zurück! Genau das, was ich wollte, dass es nicht passiert, passiert. Auf mir nach! Kommando! Bereit! Folgt mir! Mir nach! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeit! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Okay. Meine Leute werden da wahrscheinlich... Verstärkt die Deckung! Spätestens dann, wenn... Sie sind überall! Ihr Manner ausgelaufen ist, werden sie draufgehen. Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Oder auch nicht. Zu euren Diensten! Verstärkt die Deckung! Zur Ehre, Radius! Hier wurde Ruf für das Licht! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Krass! Haltet durch, Männer! Auf mein Kommando! Und los! Ja, könnte ich die Gargoulen töten, während sie schlafen, wäre das... Verstanden! Mir nach! Und los! Einiges angenehmer und einfacher. Steh bereit! Das Hauptproblem sind ja die Medusen. Hier! Sofort! Bei die Versteinern. Bereit! Und los! Aber gut, ich hab die besiegt. Auf meinen Befehl! Vorwärts! Schnell! Tasten wir uns mal vorsichtig hier lang, in der Hoffnung, dass hier keine Medusa kommt. Vorwärts! Mir nach! Hier ist auf jeden Fall eine. Und los! Schnell! Schnell! Ich weiß nur nicht, wie sie sich bewegt. Die eine, die ich jetzt gerade hier gesehen hatte.